Willkommen zu diesem Video. Heute ein kurzes Tutorial, wie man einen zweiten Account erstellt. Und zwar, wenn ihr auf eurem Account seid, egal wie weit ihr jetzt seid, geht ihr auf das Postfach, dann auf Optionen, dann auf Ausloggen. Dann kommt ihr in dieses Menü hier und hier seht ihr all eure Accounts, bzw. erstmal habt ihr nur einen Account wie ich jetzt, das wäre jetzt der Gast-Account. Wenn ihr den Gast-Account mit Facebook oder Google Play verbunden habt, würde das dort auch nochmal stehen. Ansonsten könnt ihr jetzt auch über Facebook anmelden und dann würde es einen neuen Account erstellen, insofern ihr jetzt einen anderen Facebook-Account habt, der noch nicht mit irgendeinem Account verbunden ist. Wenn ihr schon einen habt und noch einen wollt, dann erstellt euch einfach einen zweiten Facebook-Account und switcht immer zwischen den hin und her. Das geht aber alles erst, wenn ihr über 16 eingestellt habt, ganz am Anfang. Mit Google Play ist es das gleiche. Erstellt euch einfach ein paar Google Play-Accounts oder ein paar Facebook-Accounts, mit Facebook geht es leichter. Und dann könnt ihr immer schön hin und her switchen, euch neue Accounts erstellen. Das ist ganz easy. Man muss es ein paar Mal machen. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig und so. Aber wenn man dann mal irgendwie gut weiß, wie es geht, ist es easy.